A2 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 Alle auf die A2 Bobbe ist raus Schöner Schuss Bobbe ist raus Alle hier Echo Zielmeldung vermuteter Feind bei Nekropolis 2 Hammerhead schwere und leichte Jäger Alle verlegen gleich Nach Nekropolis Bekämpfen Faras und Hammerheads als Prioritätsziel In den zugewiesenen Gruppen Victor versucht einen Drop durchzuführen um gegnerische Kräfte abzuziehen Und von da aus Planen wir dann weiter Alle nochmal Bereitschaft Melden Alpha bereit Bereit Victor bereit Äh ... Blitz Missile locked. 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 Ja, Victor ist Touchdown, Timer läuft. Timer läuft. Victor, take off, Victor, take off. Alpha, Sierra, alle an der Lehmann, Hammerhead dranbleiben, beschützen. Victor, take off, Victor, take off. Victor in der Mystic Zone, Fortressler. Na ja, verstanden. Echo an alle, das war großartig, ich danke euch. Alle wieder Einsatzbereitschaft herstellen, stand by, wir gucken mal, was die Aussage jetzt ist. Victor, Dropship Pilot, Name? Lehmann und Klabaut, ja. Verstanden. Klabaut unter Beschluss. Verstanden. 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 Viktor Verstamm Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eine Minute vor. Eine Minute vor. A2 on scene, A2 on scene, alle A2. A2 on scene, alle A3. Sierra, sofort folgen und beschützt. Ja, aber ich habe beschützt, richtig. Sierra, verstanden. Wir haben Splend in der Retaliator im Anflug auf Victor. Verstanden. Sierra, Splend, fokussieren. Retaliator Alpha bleibt an der A90-Jump dran. Victor, exzessiv Decoys werfen, sobald Torpedos reinfliegen. Wir haben jetzt Retaliator ausgeschaltet. Sehr gut. Alpha Sierra Nahbereich, A90-Jump sichern. A90-Jump erreicht. Verstanden. Ames ist dort anfliegen. Andocken. Da. Da. Ja, da. Da. Da.